9 Stunden sitzen bedeutet eine starke Belastung für die Wirbelsäule. Mit vergründem Rücken sogar fast das Doppelte. Die Ute ist 30 Jahre alt und hat 60 Kilo. Sie arbeitet aber in einem Callcenter bis zu sechs Tage die Woche, manchmal sogar neun Stunden am Tag. Gerade bei ihr wäre das ideal, wenn ich ihr mal ein paar Übungen zeigen würde. Hast du Rüttenschmerzen? Hast du dieses Problem? Ja, teilweise eigentlich schon, weil halt im Nacken eben auch durch das Wüste streiten und Mausarbeiten. Rüttenschmerzen haben 85 Prozent der Menschheit. Weil wir natürlich den ganzen Tag sitzen oder nicht genug bewegen. Das machst du zwei Minuten, machst du drei Minuten, du hörst, der Kreislauf kommt in Schwung. Genau. Und auch jetzt wird's schon anstrengern, gell? Ich habe eine super Übung für den Rückenstrecker. Ja? Drehen wir uns vielleicht beide nach vorne. Ja? Und jetzt. Daher, dass aber so Rollen sind, muss man ein bisschen aufpassen. Beine nach vorne. In die Brücke. Po ganz nach oben. Und halten. Die Brücke. Temells. Entfernen. Dann 不是 bei aí. Dann wird's yngancht den Pädiesten interview. Er hat gew zich moet?